. Herzlich willkommen zu diesem heutigen Talk. Für einmal sind wir ganz an einem speziellen Ort. Wir sind hier in der Lounge im Kibun-Park St.Gaue. Ihr fragt mich wahrscheinlich, warum und was weiss ich mit diesem Video-Team aktuell. Wir hatten heute ein Event im Rahmen unserer Haupt-Regio-Zeitungen, dieser von St.Gaue. Hier sind wir eine Führung mit der Gruppe von Leuten, die hier im aktuellen Dessert und im Café sind. Also willkommen erstens alle hier, die live dabei sind. Und auch alle, die das Video jetzt zu Hause anschauen oder unterwegs. Heute ist ein spezieller Tag wegen unserem Haupt-Event hier einerseits. Heute ist auch der Tag, der ein neuer Bundesrat gewählt wurde. Beat Jans, neuer Bundesrat. Und heute, als wir hierher sind, wir haben den Kibun-Park gesehen, in den Kibun-Schuhen unterwegs. Ich habe mir schon überlegt, ist der Bundesrat auch selber Kibun-Schuhträger oder nicht? Wäre jetzt spannend. Das wissen wir alles noch nicht. Wir wissen noch nicht so viel über unseren neuen Bundesrat. Aber jetzt zu unseren Gästen. Und da geht es eben um Kibun sehr stark und die Geschichte, warum das Stadion den Namen trägt. Und warum es heute auch die Firma Kibun-Joya gibt. Das hat sehr stark mit Karl Müller zu tun. Ein Mann, da hier ganz nahe, der das gestartet hat. Der Erfinder ist auch von dieser Technologie. Wie man eben, wir haben es gespürt, fast ein wenig auf Wolken läuft. Oder auch auf diesen gefederten Schuhen. Wir gehören ein wenig mehr dazu. Aber zuerst einmal Karl, für dich so einen Anlass wie heute und allgemein, du bist ja eigentlich im Tagesgeschäft draussen. Und trotzdem merkt man eben, du gehst trotzdem wieder ein wenig zu den Leuten, oder? Ja, ich bin draussen mit 71. Ich habe Gnade durfte erleben, dass mein Sohn zusammen mit Claudio Minder das Unternehmen übernommen hat. Claudio und mein Sohn Karl Viert, Entschuldigung, der hat Kibun-Joya gegründet miteinander. Ich durfte Kibun gründen und vor zwei Jahren hat man das fusioniert und sie haben die Leitung übernommen. Ich bin sehr, sehr gerne bei den Leuten, sei das im Verkauf, sei das an einem Vortrag, den ich halten darf oder jetzt ein Gespräch. Ich mache das sehr gerne, weil ich einfach, ja, ich bin begeistert von dem, was ich mache, was ich immer gemacht habe. Und selber so viel erlebt. Nicht nur mit diesen Schuhen, als Bewegungswissenschaftler halt rund um Gesundheit und Möglichkeiten, dass man gar nicht operieren muss. Im Gegenteil, dass es Alternativen gibt bei Problemen an den Gelenken, Fuss, Knie, Hüftgelenken, Rücken. Das ist schon meine Leidenschaft. Und ich hoffe, ich bin dankbar, dass du mir sagst, dass man das spürt. Ja, 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 also ich habe jetzt noch eine recht frische Erfahrung gemacht mit denen. Es ist ein paar Jahre her, als ich noch dann, zumal sie noch MBT-Schuhe gesehen, oder? Das ist ja der Anfang gewesen, oder? Die Abkürzung. Kommen wir vielleicht zuerst. Fangen wir doch da gleich noch kurz an. Was ist die Geschichte ganz am Anfang, oder? Eigentlich in Korea, auf dem Reisfelder, wo du das entdeckt hast, da muss man so weit ausholen, oder? Hat das wie angefangen? Können wir schnell ein bisschen zurückblenden? Wie hat das gestanden? Ja, wir müssen einfach schauen, wie viel Zeit das wir haben. Ja, du darfst schon mal wieder loslegen, komm. Also ich habe 20 Jahre in Südkorea gelebt. Ich habe es einmal dorthin verschlagen. Ich bin seit 43 Jahren mit einer Koreanerin verheiratet, mit sieben Kinder aufgezogen. Und hatte tolle Zeiten, also menschlich gesehen, hoches und aber auch ganz schwere Tiefs gehabt. Und in so einem Tief, finanzielles Tief mit sieben Kindern, durfte ich auf die Idee kommen, von einem Schuh. Der ist dann rund um die ganze Welt. Der hat uns dann finanziell mehr als aus dem Sumpf rausgezogen. Ja, das ist eine längere Geschichte seit 25 Jahren. Genau. Und jetzt hat das längstens eine riesen Dimension angenommen. Viele Läden weltweit und immer wieder berichtet. Jeden Tag wird irgendwo wieder neu berichtet über das Schuhwunder fast ein bisschen aus der Schweiz. Wunder sind absolut, apropos, das ist gerade ProSieben der gewesen, oder? Bei euch habe ich vernommen, erst gerade vor wenigen Jahren. Welt der Wunder. Welt der Wunder, oder? Heisst die Sendung dort, wo dann im Frühling oder nächstes Jahr das schlussendlich ausgestrahlt wird. Also schon unglaublich immer noch. Die Geschichte, die geht weiter und weiter. Und dann staunt man, oder? Wenn man das mal so gestartet hatte, ganz am Anfang, so klein. Man staunt ja das Leben an sich. Man staunt überall dem Leben an sich, oder? Und das sind dann kleine Unterbegriffe. Aber ja, es ist schon schön zu erleben, vor allem, dass die nächste Generation sich bereit erklärt hat, das zu übernehmen. Mein Sohn und Claudio Minder miteinander. Und dann noch die ganze Produktion leitet der Markus Bartholet, der mein Geschäftspartner ist seit 20 Jahren, der die ganze Produktion leitet. Aber es ist kein Selbstläufer. Also es ist nicht einfach. Wir produzieren ja über die Hälfte von unseren Schuhen in der Schweiz. Ich muss sich das vorstellen. Es sind ja alle abgewandert. Wir haben selber auch zu MBT-Zeiten 5000 Mitarbeiter in China, Vietnam und Korea beschäftigt. Und wir haben die Zelle dort in Asien abgebrochen. Ich habe mich einfach aus dem Bauch heraus, vielleicht hat es mir der Heilige Geist gesagt, doch, ich glaube so. Aber andere denken vielleicht noch nein. Ich glaube, dass es eine Eingebung war, dass ich mich entschieden habe, in der Schweiz zu produzieren. Aber es ist kein Selbstläufer. Also wenn ich schaue, was die jungen Generation jetzt machen, die müssen schon ständig wirbeln und machen, dass man diese 450'000 Paar Schuhe verkaufen kann. Das verkauft sich nicht einfach so automatisch. Und ja, sie schlafen krumm und reissen sich. Ja, der Produktionsstandort Schweiz, das überrascht vielleicht je nachdem ein bisschen. Also der hat ja zwar jetzt mit der Fusion zwei Standorte, wenn ich es richtig sehe habe. Joya, wo… Joya wird in Korea hergestellt, wo bei Korea teurer ist als Deutschland. Das sieht man vielleicht oft nicht. Ja, Korea ist eine von den zehn stärksten Wirtschaftsnationen der Welt. Ein sehr teurer Standort. Dann haben wir noch einen Standort in Italien. Also, wir lassen uns nicht beängstigen vom Preis. Und wenn wir ausrechnen, für 30 Rappen dürfen, ja, die Effekte, die medizinischen Effekte erzielen, dann relativiert sich das Ganze wieder. Aber es ist halt schon eine Investition, ja, wo… Wir sind jetzt auf dem Weg. Und wir können gar nicht davon weg, weil sonst müssten wir wieder auf China gehen oder auf Vietnam. Ja. Sehr spannend, da schon mal ein bisschen zu erfahren. Eben, die Geschichte, die wir natürlich jetzt wirklich sehr, wenn wir so komprimiert, einmal gehört haben, wie das dort angefangen hat, das würde die Bücher füllen. Und ich weiss gar nicht, hast du schon ein Buch geschrieben eigentlich? Schon dreimal, aber es ist immer wieder ein Papierkorb. Nein. Ah ja? Aber der Claudio und der Karl haben ein ganzes… Joya hat ein ganzes interessantes Buch geschrieben. Stimmt, das wollte ich auch später bringen, aber ich kann es ja schon mal in die Kamera zeigen. Das ist das hier, wo wir ja auch darauf herweisen, in dem Bericht, in der Zeitung, die wir eben jetzt haben, für St. Gallen und auch Durgau und so andere Regionen, hier auf Weihnachten können. Also das würde ich mir sehr empfehlen. Kann man auch gewinnen mit aktuell dieser Zeitung, nur so by the way. Aber jetzt möchte ich unbedingt auch unseren zweiten Gast in diesem Talk begrüssen, und das ist die Jacqueline Walcher Schneider, die sehr bekannt ist durch die vergangenen Erfolge, oder die paar Jahre her jetzt inzwischen, aber 14-fache Schweizer Meisterin im Turmspringen, auch an Olympischen Spielen. Dort hat es nicht ganz zur oberen Stufe gelangt, aber auch Teilnahme und natürlich viel, was du erlebt hast in der Sportwelt. Und zuerst frage ich dich aber, bevor wir hier rein gehen, was ihr heute so mit Sportlerinnen und Sportlern machen, was deine Verbindung ist mit Ki-Bung Joya? Ja, das ist eigentlich sehr spannend. Also den Karl Müller kennen wir schon sehr lange. Claudio Minder kennen wir auch schon sehr lange. Das war eigentlich noch fast unser Jugendkollege, oder mein mit einer Gruppe, die wirklich super lustig hatten miteinander in der Jugendzeit. Dann sind wir in die Ostschweiz gekommen, mein Mann hat bei Ki-Bung angefangen zu arbeiten, mit dem Karl Müller, viele Jahre. Und ich habe auch sehr viel mit Ki-Bung zu tun gehabt. Da hat es die Schuhe noch nicht gegeben, aber wir haben die Ki-Bung, das sind die weichen Matten, die haben wir auch mal auch promotet, weil wir begeistert waren. Wir sind auf denen herumgehüpft und haben gezeigt, was man alles mit ihnen machen kann und wie gut die einem tun. Und ja, viele Leute waren dann auch begeistert und haben auch so einen gewählt. Und mein Mann ist dann immer in die Ostschweiz gependelt, dazumal noch, bis wir dann selber in die Ostschweiz gezogen sind. Und Karl hat meinen Mann dazumal schon unterstützt, mit einem Tag in der Woche, und er durfte eine Non-Profit-Organisation unter Spitzensportlern, Beyond Gold, aufbauen. Und dann 2010 haben wir dann entschieden, wir machen das jetzt vollzeitlich. Und dann, ja, ist der Weg dann getrennte Wege, aber die Freundschaft ist bestanden. Aber merk mal wieder, so hat er den Ermöglicher, der Karl auch ist. Genau. Er war eigentlich von Anfang an dabei und auch heute noch ein Unterstützer von uns, den wir sehr schätzen und gerne haben. Und er ist der Erfinder von diesen Gesundheitsschuhen. Gesundheit ist ja auch ein starkes Thema für dich. Ja. Und nach wie vor. Sehr, sehr. Also ich habe jetzt auch wunderschöne Kibonschuhe an. Ich habe richtig gefreut. Genau. Fitnessgesundheit, nebst dem, dass ich Spitzensportlerin war, habe ich all diese Fitnessausbildungen gemacht, Sportrehabilitation, Gesundheitstrainer, Ernährungscoach, Pilates, Personal Trainer und so weiter. Und das war einfach meine Leidenschaft. Und ich hatte dann wirklich auch eine Plattform in den Medien und ich konnte auch in den Schweizer Illustrierten in den Medien wöchentlich mit so Kolumnen und Fitnesstipps weitergeben oder in der Migros-Zeitschrift auch. Und das hat eigentlich wie mein Leben geprägt. Also Körper, Seele und Geist, das ist auch ein grosser Teil heute, das sehr viel mit meiner Routine zu tun hat. Und Kibon gehört, ja, ich finde wirklich, das gehört dazu. Also ich merke es, wenn man älter wird, so 40, 50 Jahre, dann manchmal zwickt es und zwackt es und dann tun einfach so, die Schuhe sind dann wirklich schon auch herrlich. Nebst dem Training, nebst dem Stretching und ich weiss auch, wieso Karl so beweglich ist mit all diesen seitlichen Übungen. Ich habe übrigens Sportlegings, Adidas darunter. Genau. All das Dehnen, das braucht man immer, wenn man älter wird. Und da war er immer vorbildlich. Und die Wasserspringer, die haben immer so nach vorne alles so gedehnt, aber nie seitlich. Und jetzt, seit ich ein bisschen älter geworden bin, habe ich auch angefangen, genau diese Sachen zu machen und das tut mega gut. Ja, okay. Sollte ich auch anfangen? Ja, wirklich. Also Vorreiter auch schon. Ist gut, da kann man noch viel abschauen. Wir haben ja auch eine Story über eure Arbeit, Beyond Gold, hier drin gebracht, in der Haupt-St.Gaue und Haupt-Durgau natürlich. Also mehr Durgau, eigentlich könnte man sagen, ihr seid ja beide eher in Durgau zu Hause. Und da ist das Thema, dir organisiert, so schreiben wir es in den Schlagzeilen, Auszeiten für Athletinnen und Athleten, Raum für Rast und Ruhe. Also so ein bisschen, was heisst das genau? Lila, erzähl, was steckt da dahinter? Ja, also Sportler, wir betreuen ganz viele Spitzensportler, also sei es im Winter oder im Sommersport. Mein Mann ist jetzt gerade nach Gröden unterwegs an Ski-Weltcup, letzte Woche in St. Moritz war es am Ski-Weltcup, dann ist noch Bob-Weltcup in Eagles. Und das seit x Jahren. Das ist wirklich eine Leidenschaft von uns. Auch im Lichtathletik sind wir sehr, sehr unterwegs, auch mit einer Athletin, die immer bei uns wohnt. Und wir sind einfach da, die Athleten unterstützen, in ihrem Stress, den sie haben, mental, aber auch geistlich. Und viele kommen da zum Glauben, oder sind im Glauben und es gibt ihnen einfach Ruhe. Sie haben da so viel Druck und so können es jemandem wirklich auch erzählen, wie es ihnen wirklich geht. An einem Trainer könnte es das manchmal nicht sagen, der würde sie dann vielleicht nicht aufstellen für das Rennen oder für die Abfahrt, würde einen Ersatzathlet nehmen, wenn er wüsste, was da wirklich vorgeht. Und so sind, ja die Athleten, die können wirklich zu uns kommen, die können ihr Herz teilen mit uns, wir beten mit ihnen, wir ermutigen sie. Es ist wie, wir sind wie so Endorphine, die sich einfach stärken und ermutigen und dafür den Glauben ermutigen. Also ich bin selber an der Weltmeisterschaft zum Glauben an Gott gekommen und habe dort wirklich erleben dürfen, wie es einen Gott gibt, der persönlich ist, der mich ernst nimmt, der mich auch gehört, der nicht einfach irgendwie fern ist oder nur am Sonntag in der Kirche. Und das hat mich so geprägt, das war damals an der Weltmeisterschaft 1998, als ich um ein Haar dritter geworden bin, dann leider vierter. Aber von dort kam ich in die Medien und auch an der Olympiade im Finale. Gott hat angefangen, einfach den Regisseur in meinem Leben zu spielen. Und da haben wir eine Leidenschaft, den Athleten zu begleiten. Und jetzt sagt man erst gerade kürzlich Timon, Jörg Walcher, der jetzt wieder unterwegs ist, eben im Wintersportgebiet. Er ist Ex-Profi oder Profi Ex- im Snowboarder. Ja, genau. Ich weiss nicht, ob das voll Profi war, aber doch. Eigentlich schon, ja. Doch, sehr erfolgreich war. Und jetzt eben der Team begleitet. Zum Beispiel hat er mir gerade geschickt, ein Update vom Weltcup in St. Moritz, wo unglaubliche Sachen abgegangen sind. Es ist schon spannend, das zu sehen. Wirklich unglaublich. Also sie haben die Athleten eigentlich gesegnet. Mit denen ist er seit Jahren unterwegs, mit Trainern, Trainer, die dann wechseln zu einem Cheftrainer und so weiter, der einen sehr gut kennt und Beziehungen hat. Und dort ist ein ganzes Team mit Physio und Ärzten und alle sind auch zu so einer Sportlerandacht gekommen. Und die sind wirklich so berührt gewesen, über die Botschaft auch. Und haben dann eigentlich auch alle aufgestreckt und haben einfach die persönliche Beziehung mit Gott auch erleben. Einfach nicht allein sein, sondern wirklich wissen, hey, das ist jemand da, der mich gehört, der mir ganz nahe ist. Das ist mega. Das ist wirklich. Und solche Sachen erleben wir öfters und immer mehr. Und das macht richtig Freude. Okay. Ich muss vielleicht noch ergänzen, es ist noch der Simon Lemle mitgekommen vom ICF, der wunderbare Worship gemacht hat. Sie waren das Dream Team. Ja, genau. Da haben wir das Video geschickt. Aber ich schwenke gerne wieder rüber zu dir, Karl. Denn hier ist ja auch in deiner Biografie ein wichtiger Teil. Oder auch der Glauben, welcher irgendwann Rolle gespielt hat. Du hast es an einem Ort in einem Interview, das ich heute gehört habe, gesagt, am Anfang hast du fast ein wenig wie Monopoly angefangen zu spielen. Also das Geld, oder? Und das hat halt funktioniert plötzlich mit sehr vielem. Aber gut gegangen ist dir dabei eigentlich nicht, oder? Ja, ich war in Korea, ja. 20 Jahre. Und dort ist mir alles gelungen. Finanziell und in jeder Beziehung. Einfach das, was ich mir vorgenommen habe, ist gelungen. Und bin dann aber schwer krank geworden. Auch alkoholsüchtig. drei Jahre lang. Und dann haben wir uns entschieden, so kann es nicht weitergehen, sind in die Schweiz gekommen. Mit meiner Frau und vier Kindern. Drei sind dann später noch hier dazu gekommen. Und ich habe gesagt, so geht es nicht weiter. Und dann bin ich da. aus meiner Sicht, ich bin Jesus begegnet. Ich habe zum Glauben gefunden. Und mein Leben hat sich dann nach und nach, nicht sofort, es ging dann nochmal einen Schritt bergab, wo ich dann zum Glauben gekommen bin. Aber seit 1990, also als ich 48 war, vor 33 Jahren, bin ich mit Jesus unterwegs und versuche ihm nach bestem Wissen und Gewissen nachzufolgen, sein Willen zu tun. Und ich kann nicht sagen, dass dann immer einfach alles gerade läuft. Aber ich habe einfach die Gewissheit. Das, was dann im Alltag passiert, das, was jeden Tag passiert, das ist sein Willen. Das weiss ich. Und ja, es ist nicht immer so, wie ich es mir wünschen würde. Aber ich habe immer die Gelassenheit. Und also die Gelassenheit, ja, mindestens nach zwei, drei Tage oder etwa mal fünf Minuten später merkt man, du bist ja dreid. Man fühlt sich einfach in den kleinen Schwankungen, in den grossen Schwankungen immer dreid durch Gott. Und man hat das Lebensziel. Man weiss, das Leben geht nicht um Schuhe oder um Erfolge. im Unternehmen. Es ist natürlich schön, wenn das passieren darf. Aber es passiert auch nicht immer. Man weiss einfach, oder ich weiss, ich bin dreid. Ich habe die Gewissheit, dass er uns immer dreid. Und ich denke, das ist schon ganz am Anfang, als du hast zu reden, über deine Leidenschaft, wie du heute eben immer noch, ja, unterwegs bist, für den Menschen zu dienen und ihnen zu helfen, dass sie nicht irgendwo in den Rücken schmerzen dahin landen, oder in schlimmeren vielleicht im Alter sozusagen. Das Zugewand zum Menschen, oder? Ja, das ist eben auch das Schöne, weil vom Glauben reden oder über den Glauben reden ist das eine. Aber wenn du Menschen kannst von Schmerzen befreien, innerhalb von fünf Minuten, und dann passiert mehr noch und noch, dann fressen sie dir fast aus der Hand. Also, wenn sie dann andere Fragen stellen, ja, wie lebst du? Und dann kannst du immer Zeugnisse geben auch. Und dann ist die Glaubwürdigkeit einfach ganz eine andere, weder wenn du theoretisch am Stammtisch oder so über den Glauben redest. Und da denke ich, das ergänzt sich sehr gut, was wir an der Gesundheit machen, an den Menschen. Das ergänzt sich sehr, sehr gut. Ähnlich, wie es Jacqueline auch gesagt hat, mit der geistlichen Betreuung. Und wenn ich noch so ein bisschen fragen kann bei dir, Karl, wenn wir jetzt so heute hier sitzen und eben so ein Event hatten, da hier können wir gleich runter schauen, oder auf den Schubplatz hier vom FC St. Gallen. Und ja, da kann man ja schon sagen, ja, da ist ein rechter Teil eben, ist da schon nur, weil du es aussen angeschrieben bist, Kibun Park, dein Lebenswerk, wenn man so will. Deine Geschichte auch drin, natürlich als Partner. Aber trotzdem, ich werde mehr so fragen, wie, was macht das bei dir gefühlsmässig heute? Wenn du das siehst, einfach mehr zu sagen, hey, es war ein Geschenk, als ich multiplizieren konnte und für etwas Gutes nutzen, oder vielleicht ein bisschen stolz sein beim FC St. Gallen. Ja, sind wir drinnen. Also, das Lebenswerk würde ich jetzt schon nicht sagen. Das Lebenswerk sind eher Grosskinder. Und ja, ein Lebenswerk ist eher auch ein Gebet für die Liebsten, für die Menschen, die einem anvertraut sind, für die Menschen. Heute durfte jemanden neue Nieren bekommen im Freundeskreis. Der Schwiegervater hat die Nieren geschenkt. Ich war selber an einem Gerichtstermin heute, wo mich fest belastet hatte, bin freigesprochen worden. Gott sei Dank, das ist eine riesen Last ab. Dann nachher ist das mit dem Freund, eigentlich von uns, von Matthias, vom anderen Sohn, den ich durfte beten. Ich glaube, die Lebenswerke sind eher unsichtbare Sachen. Eher Gebet, vor allem, wenn wir Eltern sind. Das ist, glaube ich, meine Hauptaufgabe. Und solche Sachen wie, wir dürfen ja einer der zwei Hauptsponsoren sein beim FC St. Gallen, Kantonalbank, St. Galler Kantonalbank und Krib und Joia, das macht einerseits schon Freude, das ist natürlich auch eine finanzielle riesige Belastung. Und es birgt immer solche Sachen, oder finanziellen Erfolge, ich habe das ja gesehen, bei MBT, birgt immer eine ganze grosse Gefahr von Stolz. Und ich rede nicht gerne von Stolz. oder die vielen Grosskind und alles. Mich erfüllt das immer mit Dankbarkeit. Oder jetzt auch da. Das war ja auch ein Weg, dass wir hier Hauptsponsor geworden sind. Und der ganze Weg ist mir viel wichtiger gewesen, dass das Stadion aussen mit Kibum Park angeschrieben ist. Es ist schön, es erfüllt mit Dankbarkeit. Stolz ist in meinem Leben immer etwas gefährliches gewesen. Wahrscheinlich in jedem Leben, je nach genau, wie man definiert. Ja, wenn man sich bewusst wird. Wenn man sich bewusst wird. Wie man definiert. Ja, ja, ich bin mir langsam auch nicht bewusst gewesen, dass viel Geld, das wir MBT verkauft haben, habe ich sehr, sehr, sehr viel Geld gehabt. Und das habe ich ja dann, Gott sei Dank innerhalb von Jahren frisch alles wieder verloren gehabt. Schlussendlich, Gott sei Dank, im Moment hat es dann nicht so Freude gehabt. Aber die Familie ist dahinter gestanden. Und dann habe ich gesehen, Erfolg ist gefährlich. Ja, Drogen. Gefährliche Drogen. Ja. Das ist das, was mich so fasziniert. Auch an dem, was wir tagtäglich mit unserer Arbeit machen können. Auch mit den Hope und allgemein unserer Medienarbeit. So Geschichten, real life. Oder auch das, was wir machen. Das ist ja genau auch das. Die Geschichten, die manchmal nicht die spektakulären Schlagzeilen machen. Aber das ist das, was eben auch sehr darum geht. Das erlebe ich bei euch auch gerne wieder. Wenn ihr die Lichtathletin bei euch hat, das mal erlebt, wie ihr dort Leben teilt. Sie ist wirklich wunderbar. Ich hatte heute Morgen mit ihr Zoom und sie wird an der Indoor-Weltmeisterschaft in Glasgow starten, als Versuch. Und natürlich auf Paris. Ab Januar haben wir wirklich grosse Pläne, wo wir zusammen mit den AthletInnen auch wieder andere zurüstet und trainiert online. Das ist natürlich eine Riesenfreude, wenn man so in Leben investieren kann und sieht, wie Leben verändert werden. Und wie sie es weitergeht als Multiplikatoren. Absolut, ja. Sie ist unglaublich ein Vorbild für viele. Vielleicht hat man den Namen nicht und weiss nicht richtig, wer sie ist. Hochspringerin, oder? Hochspringerin, oder? Ja, Hochspringerin, eine der besten auf der Welt aktuell. Sie hat in Tokio Silber gewonnen, genau. Genau. Sehr gut. Ja, es gibt hier noch ganz viele Geschichten zu erzählen. Wir werden auch weiterhin Geschichten so wie diese erzählen. Es war sehr schön, einfach ein bisschen euer Herz zu spüren, hinter dem, was ihr macht, was aussen angeschrieben ist. Aber hinterher, ja, das ist das, was eigentlich alleine sehr viel aussieht, wenn man noch etwas mehr erfährt. Und ich glaube, das ist auch heute Abend der Fall gewesen mit diesem Anlass, dass wir einander ein bisschen kennenlernen können. Und das ist und bleibt die Vision auch von solchen Events wie heute Abend. Danke vielmals noch einmal, Karl Müller, dass du auch das hast mit unterstützt und dir das mit möglich gemacht, auch das heutige Treffen hier. Danke, Florian. Danke dir, Jacqueline, auch für die Partnerschaft und Freundschaft und auch das, was dir macht, du investierst in die Athletinnen und Athleten. Danke vielmals, Florian. Wir schätzen euch sehr. Und zum Schluss noch einmal der Hinweis auf das Buch hier, das Karl ja schon vorher einmal hat erwähnt, der Joy Away. Die, die hier waren, können gratis eines hinnehmen. Also an ein Hope Event gehen, das lohnt sich. In mehrfacher Hinsicht. Aber die anderen können mitmachen am Wettbewerb, der in der Zeitung im Moment noch läuft. Macht doch das und gewinnt eins von diesen Büchern. Und dann könnt ihr noch mehr erfahren, auch über den Management-Weg, wie sie das heute machen. Auch die Jungen, die Crew, die jetzt dran ist bei Kibun Joya. Und sehr viel, was man auch dort wieder lernen kann. Danke vielmals für eure Interessen und bis bald, Ade miteinander. Und dann könnt ihr noch mehr